Mit Mürsen, wir sind so offiziell nicht bitter. Ja, aber ich habe mir auch zwei Stücken vor meiner Nacken. Wie hört Johnny, wie hört die Johnny? Ja, Mama, Mama, was ist das? Erstmal bitte. Stopp, stopp. Also ich würde ja mal sagen... Johnny, stopp. Ja, damit. Johnny, hoff, du hast einen Schuh. Das ist gemein, du hast einen Sitz. Hoff, wenn die Kamera läuft, weil das ist ein Spaß. Ja, meine Hüte sind zwei Stunden noch nie in den Arten. Das ist ein Schuh, wenn du... Nein, du bist der Fichter noch. Nee, du kommst erst mal auf deinen Schuh. Nein, Pizza! Pizza, Pizza! Pizza, Pizza ist dort geblieben. Nein, der muss auf deinen Schuh. Nein, Mama! Guck mal, ich hatte es praktisch, mit der Pizza leider wieder in seine. Wo ist jetzt die Pizza? Unser Beleuchtungsgerät, Schau. Nein, die Mose ist laut. Oh, wir müssen sie retten. Muskel zerrissen. Oh, Mann. Johnny, stopp. Stopp, stopp. 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 Johnny, stopp. Nein, 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 nein. Ich bringe Ihnen gerne mal mein Kind vorbei. Ohne Wochenplan, ohne Medikamente. Ich bin eine ganze Woche ganz allein. Viel Spaß. Dann geht's mir gut. Ja, dann geht's mir gut. Und Sie rennen los und können all Ihre Erziehungstipps einmal alle ausprobieren. Alle nacheinander und bitte nicht ausrasten, nicht schreien, nicht hauen und nett bleiben. Und bauen Sie auch regelmäßig Ihre Pausen ein. Ich weiß, muss ich ja Zeit für sich nehmen. Und danach noch mal den Artikel, ADHS gibt's doch gar nicht. Wenn alle unten sind, ist alles Frieden. Frieden. Ja. Gibt's überhaupt gar kein Problem. Alles richtig schön. Und ja, auch wenn man dann zum Arzt oder zum Psychologen oder zu irgendjemand geht, der guckt dann und sagt, hey, was soll daran krank sein? Die sind doch völlig normal. Der ist völlig okay, prima, gut, alles gut, richtig schön. Ist ja auch richtig, ist ja auch ein Teil davon. Aber wie du so schön sagtest, gibt's die von außen, die Informationsflut, gibt's die Notwendigkeit, sich unter Stress nach mehreren Seiten zu orientieren. Oder irgendwo hin zu müssen. Oder eben jetzt sich vorzubereiten, irgendwo hin zu müssen und dann im Kopf schon zu haben, aha, das macht Stress. Wer weiß, was da wieder passiert. Wer weiß, wie das sein wird. Und... Was ist dein Gott? Ich hab eine Mutter geschockt, als ich meinte, ich habe neun Wäschekörbe unten stehen. Was? Die sind alle voll? Da hab ich mich schon gar nicht mehr getraut zu sagen, ja. Und auch davor liegt auch noch was. Gut, das ist besser. Kann ich wenigstens neun Teile, wo ich's reinwerfen kann, wenn ich das so komme, zwischendurch. oder nicht gerade irgendwas anderes wieder stört. Oder... Das ist so wie mit dem Zettel auf dem Aquarium, über das alle Lachen, dieser Streifen. Letzter Wasserwechsel am 1. Mit Kindern, die eigentlich wie fünf Kinder von uns gefordert haben, jetzt Eltern zu sein, da kamen die natürlich verständlich überhaupt nicht mehr zurecht. Und dann haben wir eigentlich die nächsten bestimmt zehn Jahre verzweifelt damit verbracht, uns irgendwie einen neuen Freundeskreis aufzubauen aus der Ecke, die man halt dann über Kita oder Schule oder sonst irgendwas kennenlernt. Und das war immer das Gleiche. Wir haben die Leute kennengelernt, dann war man sich vielleicht auch am Anfang sympathisch und dann haben wir uns irgendwie zwei-, dreimal getroffen. Und in dem Moment, wo wir dann eigentlich so mehr voneinander mitbekommen haben, waren die wahrscheinlich dann so abgeschreckt von unserer Welt, ging nicht. Das größte Problem war für die immer Mati und wie wir mit Mati umgehen. Und ich war schon immer der Meinung, dass wir richtig mit Mati umgehen. Und dass die Außenwelt immer mehr ankam, dass mit unserem Kind was nicht stimmt, dann was mit unserer Beziehung nicht stimmt, dann das was mit mir nicht stimmt. Die haben geguckt, wie viel Wein ich trinke. Und sind dann zur Kita-Leiterin gegangen und mit zwei anderen und haben das dann erzählt, und dass ich ein Alkoholproblem hätte und es den Kindern sehr schlecht gehen würde. Das war für mich erschütternd. Oder andere sagten, ja, deinen Kindern fehlt das an Selbstbewusstsein nicht, aber an anderen Dingen. Und das wurde dann im Raum stehen gelassen. Also, was noch? Jeder hat uns ungefragt, Ratschläge gegeben, wie wir unsere Kinder eigentlich besser erziehen sollten, wie wir mit uns insgesamt umgehen sollten und wirklich so von vorne bis hinten. Wir haben eigentlich alles falsch gemacht. Also, uns wurde vorgeschlagen, macht doch mit bei starke Eltern, starke Kinder. Und da dachte ich immer, was wurde denn an den Kindern bemängelt? Zu laut, zu schnell, zu ungehemmt. Das Essen war für Mati in der Kita schon ein Problem, weil keiner neben ihm sitzen wollte, weil alles rumflog. Also, weil er... Keine Tisch manieren. Immer beschmattert und immer komplett dreckig und so halt auch beim Essen. Wie sauber. Da haben sich die Kinder über ihn lustig gemacht, die Erzieher nicht so in dem Sinne. Wir hatten da wirklich Glück mit der Kita, die da sehr aufgeschlossen waren. Unglück hatten wir, dass uns nicht früh genug sagt wurde, was es sein könnte, wo die Probleme liegen. Der kleine Tyrann. Weil sie der Meinung war, das Kind würde uns mit seinem Geschrei tyrannisieren und ich würde mein Kind ablehnen und nicht mehr richtig an mir dran halten. Also, Mati hat ab dem dritten Lebenstag an, hat er gebrüllt. Tag wie Nacht. Das war wurscht. Gleichzeitig hat er irre Bauch wie offenbar auch gehabt. Und sie hat gesagt, ich halte mein Kind nicht mehr richtig. Das sieht man, das ist ein gestörtes Verhältnis. Und ich so, wenn ich nicht mehr schlafe, ist man irgendwann gestört. Das liegt ja wohl auf der Hand. Aber als ich mir noch anfing, der kleine Tyrann vorzulegen, habe ich gedacht, bei allem Respekt. Dass eine Mutter, die völlig übermüdet ist, mit dem ersten Kind Angst hat, dass irgendwas nicht stimmt. Und ich als Krankenschwester mir auch gut überlegen kann, was da alles nicht stimmen könnte. Dass mir das alles abgesprochen wurde. Stattdessen der kleine Tyrann, guten Tag. So nach dem Motto, ich sitze irgendwann auf dem Schrank oben und mache das, was mein Kind will. Das hat mich wirklich gut gemacht. Das war symptomatisch. Weil jeder maßt sich an, seine Strategien, die in seinem Leben funktionieren, eins zu eins auf uns übertragen zu können. Und gleichzeitig noch damit zu vermitteln, dass wir eigentlich zu dämlich sind, diese Strategien selber zu erkennen und anzuwenden. Also hätte ich von meinen Eltern nicht diese, ihr könnt mich mal Einstellungen mitbekommen, wenn mir was nicht gefallen hat. Ich hätte es, glaube ich, nicht durchgestanden. Und ich war auch kurz davor zu zerbrechen, Katja. Ehrlich, das war zu viel für mich. Und irgendwann ist man dann ja auch selber verunsichert, weil man probiert ja wirklich auch, was wir alles versucht haben. Und hier und da und vielleicht doch wieder so oder doch so. Und irgendwann bist du dann so verunsichert, dass du deinen Kindern auch überhaupt nicht mehr diese Kompetenz und du strahlst keine Sicherheit und keine Geborgenheit mehr aus. Genau. Das hat mich so frustriert. Und dann schaukelt sich das immer weiter hoch. Meine Schwester hat immer gesagt, Sören, du bist der Fels in der Brandung, dich haut einfach nichts aus dem Schuh. Es hieß immer, wir sollen zu diesem sozialpädiatrischen Zentrum gehen und gesagt, nee, mache ich nicht. Das sehe ich überhaupt nicht ein, dann suche ich mal aus, welcher Arzt da drauf guckt. Und ob ich den mag und aus dem Einer reicht. Mein Kind ist nicht krank, mein Kind ist sehr gesund. Es war für mich ein normales Kind, ein wildes Kind mit viel Bewegung dran, mit wenig Furcht. Also der hat sich aufs Laufrad gesetzt, kippte immer damit um, brüllte eine Woche, nach einer Woche fuhr er Laufrad, aber leider fuhr er auch überall gegen. Aber der fuhr dagegen, machte Pong und er stand wieder auf. Damit war die Welt für ihn in Ordnung. Ich konnte mich ja nicht mal mit Eltern mehr unterhalten, wenn ich fertig war, weil der Mati wieder irgendwas gemacht hatte, weil ich kriegte nur irgendwelche Ratschläge. Kein Wunder, eure Beziehung ist kaputt. Och, ich dachte, ich sag mal, Leute, die Leute sind durch dich gestört. Du bist nicht schlecht. Aber dadurch, dass du dich schneller bewegst, als die Leuten zugucken können, bist du etwas Hinderliches. Und die haben nichts mehr Bedürfnis, als ihre Umgebung so zu richten, wie sie die haben wollen. Leider bist du gerade Teil dieser Umgebung. Und dann hatten wir ein Problem. Wir hatten keine vernünftigen Kinder. Also ich brauchte einen, der die Kinder versteht und auch mein krankes Kind behandeln kann, wenn es mal ein Schnupfen hat oder irgendein anderes Kram mit dich rumschleppt. Ja, und so richtig Schwung kam in die Bude, als dann Mati eingeschult wurde. Weil wir hatten zwar kurz vorher die Diagnose bei dem, bei Matthias erstellen lassen, aber mit seiner Empfehlung kam er halt gar nicht klar. Er hat halt ganz klar gesagt, auf jeden Fall Medikamente. Und war für uns im ersten Moment ein absolutes No-Go. Der hat bei Mati einen mittelschweren ADHS. Nee, massiv. Massiv? Massive Aufmerksamkeitsdefizierung, ja. Ja, genau. Der ist ja fast irre geworden. Er hat so eine Kiste mit Sand. Und der Mati natürlich drin. Also, äh, nein. Dann hat der Mati die Dinger immer rausgeholt. Da war der Sand draußen. Jeder Arzt hat so seins. Offensichtlich war ein Krümel auch seins. Also vom, vom, vom Arzt. Und ich möchte das auch alles wieder reinräumen. Aber wurde zusehends angespannt, wenn Mati da so rumwühlte. Und so, krümmel, 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 krümmel. Herrlich. Das ist aber auch ein interessanter Ansatz bei einem Kinder- und Jugendpsychiater, der sich auf ADHS spezialisiert, dann so eine Sandkiste da hinzustellen. Okay, gut. Ja, wie dem auch sei, auf jeden Fall haben wir dann erstmal nichts gemacht. Haben so mehr oder weniger den Kopf in den Sand gesteckt und das alles auf uns zukommen lassen. Und ich habe es halt mit Ernährung versucht. Das war, was er auch gesagt hatte. Was natürlich klar ist, dass man erstmal das probiert. Aber die, die, äh, wie soll man sagen, das, was sich an der Schule entwickelte, entwickelte sich so rasant. Und nach drei Monaten, also die, die Lehrern, die Klassenlehrern von Mati, die war halt so eine, äh, in Anführungsstrichen jetzt, jetzt. Du sag mal, wie ist das? 40 Jahre Schul-Dienst, DDR-Schuldienst. Genau. Und mit der sind wir halt so dermaßen schnell aneinander geraten, dass wir nach drei Monaten Schulzeit, äh, mit der Klassenlehrerin, der Erzieherin, dem Schulleiter, Vertreterin, der Elternpflegschaft aus der Klasse, dann, äh, die, ähm, äh, Kollegin von Matthias, die die Hochbegabung mit diagnostiziert hat, und, äh, einer Vertreterin vom Jugendamt, an die wir uns in unsere Verzweiflung auch gewandt haben. Ähm, großer Fehler, weil wir da Hilfe erhofft hatten. Was wollen die denn? Da haben wir dann auch noch, da haben wir dann auch noch den, äh, den, äh, den, wie sagt man, den, den Labhaftigen, ähm, mit eingeladen, ähm, wir wissen ja mittlerweile, dass das ganz böse nach hinten gehen kann, wenn das Jugendamt, ähm, irgendwo mit mischt. Auf jeden Fall, ähm, war das dann echt irgendwie eine, äh, illustre Runde, nach drei Monaten Schulzeit, das muss man sich mal vorstellen. Und, äh, ich hatte wirklich eine große Mühe zu verhindern, dass, äh, Sören, der Klassenlehrerin, an die Gurgel gegangen ist. Weil die dann wirklich so vor, vor versammelter Mannschaft, äh, uns, äh, quasi so, äh, symbolisch mit dem Finger auf uns gezeigt hat und uns vermittelt hat, dass wir nicht in der Lage sind, unsere, unser Kind zu erziehen. Mhm. Mhm. Ich habe es ja gewagt, als ich mal Matti zur Schule gebracht hab, äh, das hab ich gesehen, wie er aussersehen was abriss. Sie hat ihn angebrüllt vor der versammelten Klasse und da hab ich sie angeschnurrt und gesagt, sie schnurrt zu meinem Kind nicht an. Von ihnen lass ich mir gar nichts sagen. Das werden sie sich schon sagen lassen müssen. Ich lass mir doch von ihnen nichts sagen, wie ich mit den Kindern umzugehen. Aber sicher doch. Und, aber vor der, auch vor der ganzen Klasse. Ich mein, wir waren halt das Letzte. Und wie sehr wir das Letzte waren, äh, haben wir durch die folgende Lehrerin erfahren. Nach dem, nach der zweiten Lasse kommt, äh, in die dritte wird neu zusammengewürfelt. Und dort haben sie eine neue Lehrerin eingestellt. Was ich nicht wusste, dass die ADHS-Kinder, Asperger-Kinder in kleinen Klassen unterrichtet hat. Lies dann aber hoffen, dass, äh, sie einen anderen Umgang pflegen wird. Und irgendwann kamen sie an, meinte, es ist ja mal Frau Neuroth, also der Matti ist ja ein ganz lieber. Ich so, bitte? Das höre ich doch gerne, hab ich noch nie gehört hier. Warte mal, der hat neulich so ein Schimpfwort benutzt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie zu Hause überhaupt sowas sagen. Weil sie sind tolle Eltern und erziehen ihn fantastisch. Was hat er denn gesagt? Fress Arsch. Ich so, ja, das ist Matti, wenn er richtig sauer ist, wenn er gedemütigt worden ist. Die hat es gesehen. Die hat gesehen, dass wir unser Kind gut erziehen. Dass der ganz alle Umgangsformen komplett beherrscht. Wenn man nämlich ständig auf den Finger haut, ihn anschnauzt oder sonst irgendwas vorwippt. Weil er hat ja eine Gerechtigkeit zu finden. So wie ich auch. Da bin ich dann auch impulsiv. Das finde ich aber auch sehr gesund. Ja, so haben wir dann erfahren, was die von uns gehalten haben. Oder dann wurde uns vorgeschlagen, in dem ersten halben Jahr, man müsste ja einen Intelligenztest machen mit Matti. Ich wusste ja, dass wir bei Mattias einen gemacht haben und hab halt auch gesagt, das Kind hat eine Hochbegabung. Das Kind schon mal gar nicht, ja. Den hat dann die noch dort arbeitende, wie heißt sie? Sonderpädagogen gemacht. Weißt du, was rauskam? 71 Prozent. Und dann saßen sie mit uns zusammen, so mit dem Eltern, der Erzieher, und haben gemeint, für den Matti wäre ja noch ganz toll so ein Schreibbrett, damit er die Handrichtigkeit nennt. Aber das mit 71 Prozent, das muss man hinnehmen. Wirklich. Das ist dann leider so. Ich sage mal, 71 Prozent ist grenzdebier. Was soll denn das jetzt? Aber den vorgelegt haben sie den nie. Der ist auch verschwunden. Er hat ja noch gesagt, den möchte ich jetzt wirklich gerne haben. Das kann ja wohl nicht sein. Oder wollen sie jetzt das, was Dr. Reinhold da irgendwie klargestellt hat, irgendwie nochmal anzweifeln, oder was soll das? Und das war die Garde der alten Lehrer, die jetzt langsam ausgewächst. Und zum Glück hatten wir da die Kollegin von Matthias dabei, die dann aus allen Wolken gefallen ist und meinte, sie hat einen Intelligenztest mit ihm gemacht und ein IQ von 130 festgestellt. Bei einem Sechsjährigen. Wetten, wir sind da. Genau. Und ich mache wieder in Anführungszeichen alles falsch. Jetzt die Schule, Erntelstraße, andere Richtung. Einmal quer. Hup. Das kann auch gut. So. Hängt die noch alle dran, Kinder? Gut. Und ich bin mit den Kindern, Gianni im Kinderwagen, Matti zu Fuß, Straßenbahn fuhr nicht, Schnee liegt Knie hoch, zu Fuß los. So ein Tag, wo wir dann wirklich erst fünf vor acht fertig waren und ich stehe um halb sechs auf. Ne? Wir kamen natürlich um halb neun an. Dann unsere stellvertretende Schulleiterin, die Matti auch kennt, also Frau Neurot. Und das können wir noch in der Situation, wo was ansteht, was richtig blöd ist, was richtig unbeliebt ist. Oder man möchte los oder es ist Abend und die Zeit zu schlafen und die Papi sind fertig und wollen sich gerne mal eine Viertelstunde hinsetzen. Bei dem Erwander ist das so, dass so viel an der Gefühltwelt passiert und ich bin dann nur wirklich ein sehr vorerfahrenes Berliner böses Mädchen. Hätte ich, das Katja auch gesagt, hätte ich nicht diese Vorerfahrung, hätte ich mich wirklich erschrecken können. Weil es so emotional im Körper geworden ist, dass ich mich echt erst hinsetzen muss. Ich so, okay, erstmal wandern, alles wandern lassen, kann ich wenigstens. Andere können das nicht und kriegen dann irgendwie, hey Doktor, ich sehe Bilder. Ich meine, ich habe keine Halluzinationen gehabt, aber für die ist das dann so, für die Leute. Aber ich habe gemerkt, wie stark ich Emotionen jetzt wieder wahrnehmen kann und wie geordnet und wie nacheinander. Ich so, danke, nicht eine große, mit der man nicht aufhören kann. Gehört in die Kategorie der Amphetamine. Der Vorteil von dem Elvanse ist, dass es sozusagen gebunden ist, ein Amphetamin, das an eine Aminosäure gebunden ist und dadurch anders freigesetzt wird. Das wird erst im Blut freigesetzt und dadurch hat es eine völlig andere, eine völlig andere Wirkung. Ja, das wird anders, wenn du so willst, anders verarbeitet. Und das ist ja Amphetamin und Methylfinidaten, Amphetamin-Derivat. Amphetamin-Derivat ist eigentlich nicht ganz richtig. Amphetamin ist sowieso eigentlich eine Stoffgruppe. Da sind 50 Milligramm drin, deswegen 50 Milliliter und dann kommt das Pulver da rein, dann wird das ordentlich durchgerührt. Also du nimmst das nur um die Menge des Wassers ab zu messen? Ja, genau. Damit man den Teil entlangt. Und dann hinterher wieder aufgelösten Wirkstoff in die Spritze exakt aufziehen zu können. Speziell im Wirkmechanismus erst im Blutkreislauf wirkt es auch nicht nasal. Also bei dem Elbanse ist es ja auch so, dass es sowohl vom Eintreten der Wirkung als auch vom Absetzen der Wirkung einen ganz sanften Verlauf hat. Das macht es halt unter anderem so angenehm. Während das Methylfinidat immer so einen ganz krassen Wirkungseintritt und dann auch fiese Wirkenspitzen. Vor allem bei den retardierten Präparaten, wo du dann zwischendurch auf einmal so nach einer, was weiß ich, präparatspezifisch nach zwei oder drei Stunden oder wann auch immer auf einmal nochmal so eine Wirkungsspitze hast, wo du überhaupt nicht klarkommst. Und das ist natürlich gerade für Kinder und dann im Unterricht übel. Das wollte mir der Psychiater auch nicht abnehmen zuerst. Da hat er echt gedacht, also immer gezweifelt, ob ich das wirklich das Richtige erzähle, weil ich mir erklärt habe, dass es bei den retardierten halt so bei mir hoch, zack, zum. Ja, das ist etwas, was dir keiner abnimmt, weil in der Forschung und in den Testgeschichten ist das eben nicht so. Das ist traurig, denn bei den unretardierten hatte ich innerhalb von, bei mir geht es noch zehn Minuten los, zehn Minuten, zwanzig und dann boom. Kann ich mit leben, weil dann weiß ich, dass das boom kommt und kann die nächste Tablette nehmen. Dann habe ich ihm auch erklärt, dass bei dem retardierten das Missbrauchspotenzial noch viel höher ist, wie wir aus Beruf einer Quelle wissen, weil das noch viel toller ist. Ja, hat er mir auch nicht geglaubt. Und ich habe mir auch gesagt, was habe ich für einen Grund, Sie anzulügen? Was für einen. Sie sehen doch, dass ich mit meiner Familie und ich mit mir hier ganz anders weiterkommen möchte und nicht irgendetwas ausbügeln möchte. Ich will was erleben, ich will was auf die Beine stellen, ich will was erreichen. Das ist für mich eine Übergangsphase. Also, dass er mir jetzt so langsam glaubt, das habe ich gemerkt, weil ich ihm das gebeten habe, mir das zu verschreiben. Habe ich ihm erklärt, wie die Familiensituation ist, wie sich das entwickelt hat. Ich habe ihm von dem Film erzählt, den du mir gegeben hast, dass ich den gesehen habe, dass wir auch so miteinander umgehen, dass es immer noch nicht gefruchtet hat. Und dass ich jetzt quasi, wenn ich das mit Tiffany dann weiternehme, eigentlich das Problem ins Haus trage. Und dass wir da aber alle von profitieren, wenn es nicht wäre. Und ich aber nicht aus meiner eigenen Verantwortung, ich will was retten, das mache, sondern ich möchte es für mich selbst auch tun. Ich würde gerne mal Verantwortung nur für mich tragen brauchen, wäre ich dankbar für. Das konnte er verstehen. Also, das sind eigentlich die Gegner. Hier habe ich Gegner abgemalt, zum Beispiel hier den Raketenkobolt. Hier habe ich auch Skyländer abgemalt, die waren enorm schwierig und haben enorm Zeit gefunden. Leider sind ein paar verschwunden an den Bildern. Hast du die aus den Figuren direkt oder aus dem Fernsehen abgemalt? Na ja, es gibt ja die Figuren, dann gibt es auch noch Karten, da habe ich die von den Karten abgemalt. Ach, die von den Karten, okay. Ich habe das aus dem Pokémon-Comic abgemalt. Ja. Auf der anderen Seite ist auch noch was. Von Pokémon. Noh, ein Skyländer. Ein Pokémon, die ausführungszeichen. Ein Skyländer, der mehr als man noch schwierig war. Mhm. Ist auch verloren. Bei dem war die Kette sehr schwer. Du hast aber auch Skalien, das abgemeint direkt von der Figur.